Madame, Ihre Freundin ist angereist. Oh, Amelie. Hallo. Hallo. Und ausgerechnet du verliebst dich in einen Mann, der immer unterwegs ist. Du aber an meinem Geburtstag. Ich denke, Pierre ist in Hongkong. Und plötzlich steht er da. Mit Reisetasche und Chocolat Pavot. Um die halbe Welt. Nur für einen einzigen Tag. Chocolat Pavot. Leicht geschlagene Mark de Champagnecreme in Edelschokolade. Mit dieser Spur von wildem Mohn. Das muss Liebe sein. Das hat er auch gesagt. Chocolat Pavot. Du verwöhnst mich.